Diese Sendung wird unterstützt von Hubentobler Schweizer Kochsysteme, der Partner für innovative Küchenkonzepte und wirtschaftliches Küchenmanagement. Bodo Jansen ist der CEO der ostfriesischen Hotelgruppe Obstalsbaum. Als Betreiber von 70 Hotels und Ferienwohnanlagen an 18 Standorten ist er der Chef von rund 650 Mitarbeitern. Seine Firma ist aber erst richtig erfolgreich geworden nach einem folgenschweren Ereignis. Im Jahr 2010 will er von seinen Mitarbeitern in einer anonymen Umfrage wissen, wie zufrieden sie sind. Das Ergebnis ist vernichtend. Die meisten Mitarbeiter wünschen sich einen anderen Chef als Bodo Jansen. Er ist am Boden zerstört und weiss, irgendetwas muss sich ändern an mir und meiner Firma. Das ist nicht die erste Krise, die Bodo Jansen erlebt hat. 1998 ist er als junger Mann entführt worden. Ein falscher Freund lockt den Millionärssohn in einen Inderhalt. Bodo Jansen wird acht Tage in einer Wohnung festgehalten und sogar gefoltert. Und jetzt sage ich herzlich willkommen von einem wunderschönen Ort vom Obstalsbaum Landhotel Friesland in Farell. Und der Chef ist da, Bodo Jansen. Herzlich willkommen. Moin, hallo. Bodo, ist es okay, wenn wir einfach per Du das weitermachen? Weil ich habe so ein bisschen gelernt, das ist auch eure Kultur. Ja, die hat sich tatsächlich entwickelt. Es ist eine Kultur, keine Vorgabe und damit fühle ich mich auch ganz wohl. Wir sind hier in der Nähe der Nordseeküste. Ja. Wunderschöne Gegend. Und wir sprechen zuerst einmal über ein Thema, was wir gleich gesehen haben, was auch zu dir gehört und zu deiner Biografie. Diese Entführungsgeschichte, 6. Juni 1998, eigentlich ein normaler Tag und doch kein normaler. Wie hast du das in Erinnerung? Ja, ich war in so einer Zeit als junger Mensch, wo ich in den Tag hinein gelebt habe, wo das Studium irgendwo da war, aber eben nicht so präsent. Und ich viel in der Bar gearbeitet habe, Freunde gefunden habe. Und der 6. Juni war so ein Tag wie häufig am Wochenende, wo es einfach losgehen sollte. Abends in die Stadt, Party machen, Hamburg. Und habe mich dafür mit meinem damaligen Freund verabredet, der dann auch mich abgeholt hat, schon relativ früh. Und wir wollten dann noch eine Stippvisite machen, um danach in die Stadt zu gehen. Und als wir dann in die Wohnung gekommen sind, wo er war, da wurde ich dann überrumpelt und fixiert und wusste erst einmal überhaupt gar nicht, was ist hier überhaupt los. Die ganze Geschichte, also da tauchen Maskierte auf. Wenn man sich das vorstellt, da gelang, dann da irgendwo in einem Raum zu sein, Scheinhinrichtungen, die da passieren. Also Momente, wo du nicht genau weißt, werde ich jetzt umgebracht oder nicht? Wie hast du das in Erinnerung? Wenn ich an die erste Scheinhinrichtung denke, es war, da wurde ich vom Bett gezogen, die Hände auf den Rücken gefesselt, ich musste mich hinknien. Mir wurde ein Jutebeutel über den Kopf gezogen und ich habe das Kinn auf die Brust gelegt und auf den Schuss in den Hinterkopf gewartet. Und in dem Moment natürlich starke körperliche Reaktion, Angst, Panik, alles. Erst hatte ich nach der ersten Scheinhinrichtung oder während der ersten Scheinhinrichtung mit der Zukunft abgeschlossen. Nein wurde, du kannst jetzt nicht zur Vorlesung, du wirst gleich sterben. Das waren ja so profane Dinge, Termine, Zukunft. Davon hatte ich mich zuerst verabschiedet. Und dann habe ich mich während der zweiten Scheinhinrichtung von all den Dingen, von den materiellen Dingen verabschiedet. Und auch mit dem Satz sagen, so, das brauchst du jetzt nicht mehr, du wirst jetzt sterben. Und in der weiteren Scheinhinrichtung ging es dann nicht mehr um die Zukunft, die Termine und auch nicht um die materiellen Dinge, sondern um die Menschen. Da sah ich dann wie aus dem Nichts Bilder von Menschen, die auf mich zukamen, die ich kannte, meine damalige Freundin. Zuletzt sah ich vor dem inneren Auge meine Mutter, mein Vater, meine Schwester, die mich anschauten und sagten, Hey, du kannst doch jetzt noch nicht gehen, wir haben doch noch so viel vor. Und ich dann vor dem inneren Auge, im Angesicht meiner Eltern gesagt habe, nein, ich muss jetzt gehen. Wir werden uns nicht wiedersehen und mich auch von ihnen verabschiedet habe. Und dann kam ja der Moment der letzten Scheinhinrichtung. Die Entführer haben mir Medikamente hingeworfen, Schlaftabletten hingeworfen. Und dann haben wir gesagt, Bodo, wir kennen uns schon ein bisschen, wir wollen das nicht so sehr für dich strapazieren. Wir, du nimmst diese Schlaftabletten, dann schläfst du ein. Und ich habe ja diese Tabletten dann genommen und bin auch eingeschlafen. Und ich erinnere mich an diesen Kampf. Ja, also die Augen wurden schwer und ich hatte das Gefühl, ich werde sie nicht wieder öffnen. Und ich hatte mich von allem verabschiedet, nur noch nicht vom Leben an sich. Und in dem Moment, wo ich mich vom Leben an sich verabschiedet habe und den Tod für mich angenommen habe, in dem Moment hatte ich das Gefühl, nicht mehr besiegt werden zu können. Es war so, besiege den Tod, bis er vorher dich besiegt. Und ich hatte das Gefühl, dass eine Leichtigkeit entsteht. Ich habe den Tod für mich angenommen. Ich habe vor dem inneren Auge wirklich gesagt, ja, ich bin jetzt bereit zu sterben, jetzt gehe ich. Und in dem Moment stellte sich eine Leichtigkeit ein. Nicht, in dem ich den Tod bekämpft habe als Feind, sondern in dem ich ihn angenommen habe. Und dieses Bild ist für mich zu einer sehr, sehr, sehr starken Metapher im Leben geworden, weil der Tod steht für alles, was uns nicht in den Kram passt. Unglaublich eindrücklich und einschneidende Erfahrung. Du wurdest dann zum Glück befreit und die drei Millionen Lösegeld wurden überwiesen. Die Polizei musste aber trotzdem stürmen. Die wussten, wo du warst. Und da hast du auch ein bisschen Glück gehabt dann am Schluss, ja, dass man dich gefunden hat. Da habe ich sehr viel Glück gehabt. Ich habe ja noch Kontakt mit dem Einsatzleiter, der damals diese Soko auch geleitet hat. Und er berichtete mir eben, dass er auch, indem er Grenzen überschritten hat, bürokratische Grenzen überschritten hat, erst zum Erfolg gekommen ist. Indem er Partner gefunden hat in München, die eine Technik hatten, die mich dann ansatzweise orten konnte. Also ich war ja in einer Wohnung gefangen und sie hatten zum Schluss, bevor sie zugreifen wollten, 30 Alternativen, wo sie hätten zugreifen können, wo ich hätte sein können und konnten sie mit, anhand dieser Technik, konnten sie das reduzieren auf zwei Wohnungen. Und es gibt eine schöne Geschichte da tatsächlich dazu. Die haben die Kreuzung gesperrt, wo diese Technik platziert wurde, um mich zu orten. Und dadurch entstand ein Stau. Und in diesem Stau stand ein Bus. Und in diesem Bus saß eine Frau, die sich furchtbar darüber aufgeregt hat, dass sie jetzt hier warten muss, den halben Tag warten muss, nicht vor und nicht zurück. Das ist meine heutige Ehefrau. Okay. Das ist sehr speziell, ja. Und aber später dann, finde ich auch bemerkenswert, hat sich einer der Entführer über Social Media bei dir gemeldet. Ja, das war der Entführer, der innerhalb der Wohnung der Redelsführer war, der auch verantwortlich war dafür, wie es vor Ort abging. Ja, und dieser Entführer, der hat sich dann, ja, nach 20 Jahren hat er sich nochmal bei mir gemeldet und per sozialen Netzwerke und hat um Vergebung gebeten. Und für mich war das im ersten Moment, erst mal war es einfach so, weil ich hatte den Beteiligten schon längst vergeben, für mich innerlich, weil sie dadurch, dass sie mir das Leben nehmen wollten, sie mir den Weg geebnet haben, mein wirkliches Leben kennenzulernen. Also das ist ja, wie Hildegard von Bingen, Heilige, aus dem 13. Jahrhundert sagt, die Kunst der Menschwerdung besteht darin, aus Wunden Perlen zu machen. Und diesen Weg habe ich mit Unterstützung von Anselm Grün beschreiten dürfen und für mich in eine gute Richtung bringen dürfen. Das heißt, ich fühle mich lebendig, ich fühle mich gut und ich bin dankbar für die Erfahrung, die ich gemacht habe, gleichwohl die Motive der Menschen natürlich schlecht waren. Und dieser Grisemir, der hat sich gemeldet, der hat um Vergebung gebeten und dann habe ich mich dafür entschieden, ich lag abends im Bett, dass ich ihm antworte, ich so, Grisemir, vielen Dank für deine Nachricht. Ich habe das Beste versucht, aus dieser Situation zu machen und ich vergebe dir für das, was du getan hast und ich wünsche dir und deiner Familie für die Zukunft von Herzen alles Gute. Und das war nochmal eine andere Qualität, das auszusprechen, anstatt es nur zu denken. Das hat mich tief ergriffen, es gab eine körperliche Reaktion so sehr, dass meine Frau neben mir aufgewacht ist und einfach mich in den Arm genommen hat, weil es so ergreifend war und für mich eben auch diese Befreiung mit sich gebracht hat. Also das hat nochmal, wenn Menschen die Freiheit wichtig ist und sie es ernst meinen, dann ist es glaube ich wichtig, dass sie lernen, verstehen, sich überwinden, auch zu vergeben für das, was war, egal was war. Weil wenn ich das nicht kann, dann kann ich nicht frei sein. Eine ganz eindrückliche Geschichte, die mit der Entführung, aber auch wie sich das aufgelöst hat schlussendlich und auch mit der Vergebung. Das fand ich jetzt, irgendwo hat es einen versöhnlichen Abschluss, hat man den Eindruck, trotz allem. Zurück zu Uppsalzboom. 2005 bist du in den elterlichen Betrieb eingestiegen. Zwei Jahre später kommt dann das nächste, ein tragischer Unfall. Dein Vater steht bei einem Flugzeugabsturz und das hat dann zur Folge unter anderem einen relativ steilen Start. Du übernimmst so über Nacht den Chefposten. Ich glaube, dass du kaum eine Ausbildung dafür hattest. Stimmt das? Ich hatte keine Ahnung und keine Ahnung, wie man ein grosses Unternehmen führt und habe mir dann Hilfe gesucht tatsächlich. In der Schweiz auch, St. Gallen, bei Malik, der mir viel Informationen geliefert hat, der mir dabei geholfen hat, ein Management-System zu entwickeln, habe ich einen Mentor gefunden und ich habe dann quasi ein System aufgebaut, was mir ohne Fachkenntnis dabei hilft, dieses Unternehmen zu führen. Und es funktionierte ganz gut. Das war das Spannende. Aber eben nicht nachhaltig. Und dann hast du eine verhängnisvolle Umfrage gemacht, intern. Um was ging es dir da? Ganz kurz, einem Satz. Was wolltest du herausfinden? Ich wollte wissen, warum die Menschen wegrennen. Also die Menschen sind geflüchtet vor dem Unternehmen und sind mehr weggegangen, als wiedergekommen sind. Uns fehlten die Hände und ich wollte wissen, wieso das so ist. Und das Resultat für dich? Verheerend. Das Resultat war für mich sehr, sehr verheerend. Also man wähnt ja die Schuldigen immer woanders, Fachkräftemangel, Politik oder sonst wo. Aber ich musste leider schwarz auf weiß lesen, als Antwort auf die Frage, was braucht ihr, um besser arbeiten zu können, kam Punkt, 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 einen anderen Chef als Bodo Janssen. Boah. Dann gehst du nach Hause mit den Ergebnissen dieser Umfrage und was machst du jetzt? Ich war natürlich erstmal erschüttert. Ich hatte ja ein Ego, das hätte nicht ansatzweise in die Turnhalle reingepasst. Und von einem Moment auf den anderen ist es zusammengeschossen worden, auf die Größe einer Erbse. Und ich war im Vakuum. Ich hatte keine Ahnung, wieso. Verstehen die mich nicht? Ich fühlte mich missverstanden. Die haben doch keine Ahnung. Ich meine es doch gut. Also völlig aufgelöst. Und natürlich auch zurückgeblieben mit der Frage, was kommt jetzt? Und dann irgendwann mal bist du ins Kloster gegangen, nach Münster-Schwarzach. Das kenne ich auch gut. Anselm Grün war auch bei uns mal in einer Sendung. Und was hast du da gesucht? Also zunächst einmal habe ich Antworten gesucht auf die Frage, wie geht Führung? Und ich fühlte mich dort eigentlich ganz gut in die Richtung bewegt, weil es ging ja darum, Mitarbeiter zu halten, Mitarbeiter zu binden und so mit einem kleinen Augenzwinkern, die ganzen Mönche können ja nicht freiwillig im Kloster bleiben. Die müssen ja irgendwelche Tipps und Tricks haben, wie die bei ihnen bleiben. Und das war so ein kleiner Hintergedanke, mit dem ich ins Kloster gefahren bin und gesagt habe, okay, da lerne ich bestimmt, wie die Menschen, die Gemeinschaft gestärkt wird. Und interessanterweise ist das ja auch das Ansinnen des heiligen Benedikten, also eine starke Gemeinschaft. Das ist ja letztendlich auch sowieso der Masterplan, darum geht es in der gesamten Bibel. Und das wusste ich natürlich nicht, aber das ist ja ein Grund dafür, weshalb die Gemeinschaft im Kloster beisammen bleibt und sich nicht trennt oder nur in seltenen Fällen trennt. Ja, und ich bin dann ins Kloster mit diesem Gedanken und habe dann Erfahrungen gemacht, Erkenntnisse gewonnen, die so ganz weit entfernt waren von dem, was ich unter einem klassischen Management verstehe. Und was würdest du sagen, ist heute deine Definition von Führung, nach all diesen Erfahrungen? Ja, dass Führung eine Dienstleistung ist und kein Privileg. Ich fühlte mich ziemlich privilegiert mit meinem großen Auto, mit meinem tollen Parkplatz vor der Tür. Nein, Führung ist eine Dienstleistung und der Dienst besteht darin, Menschen darauf vorzubereiten, im Leben und bei der Arbeit schwierige Aufgaben zu lösen, lösen zu können. Und was hat es mit dir gemacht, diese Klosterzeit persönlich? Das war der Auftakt für eine komplett neue Führungs-, Lebens- und Arbeitsweise. Also ich war ja von morgens sieben bis abends um neun unterwegs, hochgekrempelte Ärmel, Vorbild sein, zeigen. Und dann kommt der Pater daher und sagt, mach mal weniger, geh mal in die Stille und dann findest du die Antworten, die du brauchst. Hast du es denn ausgehalten mit dir? Im ersten Moment wenig, das war ganz schön laut in meinem Kopf, obwohl es im Raum sehr still war. Aber diese Gefühle und Gedanken, die dort hochkamen, haben wir so eine Ahnung dagegen, die waren sehr bedrohlich. Auf der anderen Seite gab es so eine ganz leise Ahnung, dass sie auch sehr, sehr, sehr mächtig sind. Also dass da sehr, sehr, sehr viel steckt. Wenn so die innere Stimme anfängt zu sprechen, dieses tiefe Innere, dein Wesen, das ist ganz stark, was da hochkommen kann. Die Auszeit im Kloster, hast du da Glauben an Gott entdeckt oder auf eine Art wiederentdeckt? Ich habe ein Verständnis entwickelt, was mir geholfen hat, den Glauben an Gott zu festigen. Und ich würde fast gar nicht mehr über den Glauben sprechen, an Gott glauben, sondern an Gott lieben. Das ist für mich nochmal ein Unterschied. Das wichtigste Gebot, Gott lieben und den Nächsten wie dich selbst. Und ich glaube sogar, dass, wenn wir über Sinn sprechen, Liebe den Nächsten wie dich selbst, dass das der Ausdruck des Sinns überhaupt ist bei uns im Christentum. Liebe den Nächsten wie dich selbst, das ist das, worum es geht. Und wenn ich jetzt, ich hatte Anselm eine Frage gestellt und da habe ich ihn gefragt, Anselm, was unterscheidet eure Suche nach Gott von meiner Suche nach mir selbst? Das war eine Frage, die habe ich lange mit mir rumgetragen, ob ich sie überhaupt stellen kann. Und das Spannende war, sagt er, gar nicht so viel, weil Gott drückt sich in dir aus, so wie er dich gemeint hat. Und die Benediktiner sagen ja auch, der Weg zu Gott führt über die Selbsterkenntnis. Und das fand ich ganz spannend und das hat mir das nochmal geholfen, dieses für mich damals bis dahin abstrakte Bild, Gott, ein bisschen besser zu fassen und zu erkennen, worauf ich mich ausrichte. Das heißt, wenn ich an mir selbst arbeite, komme ich dem ein Stück weit näher, wer ich wirklich bin. Und damit auch dem, wie Gott mich gemeint hat. Und das war für mich etwas ganz Entscheidendes, wo ich angefangen habe, auch die Bibel für mich anders zu verstehen. Das war für mich lange ein abstraktes Buch mit einer Sprache, die ich nicht verstehe. Heute liebe ich es, mit diesem Blick auf die Bibel zu schauen, auf die Sprüche der Wüstenväter, auf die Regel des Heiligen Benedikt, weil letztendlich sich darin alles wiederfindet, was ich brauche für ein gelingendes Leben. Gehen wir zurück zu Obst als Boom. Die Erfolge waren ja irgendwo dann auch messbar. Plötzlich, glaube ich, blieben die Leute eher. Ihr hattet ganz viele neue Bewerbungen. Der Umgang hat sich verändert. Was war aus deiner Sicht immer im Nachhinein die grösste, augenfälligste Veränderung aus dieser Zeit, wo du sagst, wow, das hat mich dann selbst fast erstaunt oder umgehauen? Dieses bedingungslose Vertrauen der Menschen in etwas, wofür ein Unternehmen steht und wofür die Menschen im Unternehmen stehen. Das ist, glaube ich, das für mich beeindruckendste, was ich jetzt auch gerade während der Pandemie erfahren habe. Die Mitarbeiter haben die Pandemie auf ihren Schultern erfolgreich getragen. Obwohl wir im letzten Jahr nur sieben von zwölf Monaten geöffnet sein durften, haben wir das erfolgreichste Jahr in der Geschichte des Unternehmens erleben dürfen. Und es war das Vertrauen der Menschen, was für mich so beeindruckend war. Und es war vor allen Dingen auch nicht nur die Fähigkeit, sondern die Bereitschaft dafür, Verantwortung zu übernehmen. Und das ist in Deutschland ganz schwierig, das Thema Verantwortung. Wir sprechen hier von der German Angst. Also Verantwortung übernehmen wir gerne die anderen und die anderen sind auch immer schuld. Aber hier in unserem Unternehmen habe ich Menschen erlebt, die dazu bereit und in der Lage waren, Entscheidungen zu treffen und Antworten zu finden auf die Frage, die ihnen diese Situation jetzt stellt. Keine langen Entscheidungswege. Nicht erst den Bodo anrufen und dies oder jenes. Nein, das ist die Situation. Ich treffe jetzt eine Entscheidung und ich mache es. Und das wollten wir wissen, ob das wirklich funktioniert hier im Landshotel Friesland. Also wir haben bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nachgefragt. Wir wollten natürlich wissen, was sie besonders finden an diesem Arbeitsplatz und auch, was sie von Bodo Jansen denken und halten. Birk, du bist Koch hier seit kurzer Zeit. Jawohl. Wie hast du das Klima bis jetzt mitbekommen, die Atmosphäre in diesem Betrieb? Absolut überwältigend, muss ich sagen. Also freundschaftlich quasi zu jedem. Also es sind keine oberflächlichen, banalen Gespräche, sondern man kennt sich auch. Dieter, du bist der Chef hier an der Bar. 2010 bist du hergekommen und hast natürlich den ganzen Wandel miterlebt, inklusive dieser Umfrage. Kannst du noch sagen, wie das auf dich gewirkt hat? Ich habe neulich die Umfrage mitbekommen, ja, und war schockiert, als ich hier anfing, wie altmodisch und wie diktatorisch das hier zuging. Ich wollte schon wieder nach vier Wochen kündigen. Und dann, als ich Bodo das erzählte, dass ich wieder gehen würde, dass das ein Fehler war, sagte er, bleibe noch, es wird sich lohnen, es wird sich was verändern. Und da ich schon immer neugierig war, bin ich dann geblieben und ich bin ja heute noch da und es hat sich gelohnt. Moin, schönen guten Tag. Staubfee nennt ihr euch, oder nennst du dich? Ja. Was denkst du, was Bodo Janssen vor allem ausmacht? Bodo Janssen macht seine Herzlichkeit aus. Dieses grosse Herz, was er hat. Auch für andere Menschen, diese sozialen Projekte, die er macht. Überhaupt der ganze Mensch, Bodo Janssen, ist für mich echt ein Phänomen und auch wirklich ein Vorbild. Jetzt haben wir so viel Gutes gehört. Aber jetzt sag mal, Bodo Janssen, eine Schwäche, die er hat? Das rechte Maß zu finden. Also Bodo ist manchmal maßlos. Als Visionär braucht es das vielleicht auch, also in anderen Sphären zu denken. Das fällt uns aber dann wiederum schwer, weil wir innerhalb der Vision, die er dann einfach hat, und dort in die Umsetzung zu kommen, auch noch eine tägliche Operative haben. Wir haben noch Gäste, wir haben Menschen, Mitarbeiter, Lieferanten, Partner, mit denen wir zusammenarbeiten. Und wir können oft nicht in der Geschwindigkeit agieren, wie Bodo es sich im Zweifel wünscht. Also das rechte Maß zu finden, glaube ich, ist eine seiner Schwächen. Wie hat das auf dich gewirkt? Ja, es ist ganz warm. Es hat mich auch sehr berührt. Und das, was sie gesagt haben, darin finde ich mich wieder. Also einmal, sie haben von Herzlichkeit gesprochen. Und es ist tatsächlich so, ich freue mich einfach, wenn ich die Menschen sehe. Das ist so für mich wie eine zweite Familie. Ich habe meine Familie, meine Frau und die Kinder. Aber wenn ich hier die Menschen sehe, dann fühle ich mich manchmal wie so ein kleines Kind, das einfach wahnsinnig darauf brennt und wahnsinnig daran interessiert ist, was die so machen, wie es denen geht. Und zwar völlig unabhängig auch vom Job. Der Mensch interessiert mich. Auch mit den kritischen Worten am Schluss kannst du umgehen. Ja, die hätten ja passender gar nichts sein können. Du erkennst dich dann. Das ist natürlich. Das ist so, schon seitdem ich ein kleines Kind bin, ist das rechte Maß für mich schwierig. Also ich begeister mich für Dinge. Und wenn ich dann so erstmal auf den Zug aufspringe, wenn ich Mark nehme und dieser Zug erstmal ins Rollen kommt, dann braucht es sehr viel Disziplin. Also ich bedarf sehr, sehr, sehr viel Disziplin, um nicht das Maß so auszureizen, dass ich vielleicht das zu anstrengend für die anderen wird. Also das sagen mir, die spiegeln mir die Mitarbeiter auch, dass das manchmal anstrengend ist mit mir. Aber das erfüllt mich auch wieder mit Dankbarkeit, weil sie sagen es mir. Ja, und das ist ja so viel wert. Sie sagen es, Bruder, es ist gerade so anstrengend mit dir. Schalt mal einen Gang runter. Und welcher Chef darf das von seinen Mitarbeitern hören? Das ist für mich ein hohes Maß an Vertrauen auch. Du hast ein sehr lesenswertes Buch geschrieben, Eine Frage der Haltung, wie wir Krisen besser bewältigen und gestärkt aus ihnen hervorgehen. Weil du das erwähnt hast mit dem Maß, finde ich so spannend. Die Geschichte mit Herausforderung, Überfordern, Unterfordern gibt es ja auch als Thema. Wie kriegt man das hin mit dem Maß? Ich glaube, dass es wieder viel mehr um das Fühlen, als um das Denken geht. Und in der Regel ist Heiligen Benedikt zum Beispiel, oder geniale Moment der Regel des Heiligen Benedikt, ist eine Aussage, dass der Abt das Gespür für den rechten Augenblick findet. Und wir haben uns irgendwann davon verabschiedet, über Strategien zu sprechen. Wir sprechen nicht über Strategien, sondern Gegenwärtigkeit ist unser Weg. Also wir warten nicht darauf, dass etwas, wir entscheiden uns dagegen, darauf zu warten, dass es besser wird. Also wir sind jetzt, versuchen in diesem Moment zu sein, Gegenwärtigkeit. Denn das ist das, wo das Leben stattfindet. Und nur wenn ich nicht an morgen denke, kann ich mich öffnen für den Menschen. Und es geht sehr viel um dieses Spüren. Ja, also, und es geht auch nicht um einen Führungsstil. Während der eine vielleicht autoritär geführt werden muss oder es damit umgehen kann und der andere nicht autoritär. Das Entscheidende ist die Frage der Haltung. Also mit welcher Absicht führe ich? Und wenn die Absicht ist, ich will den Menschen stärken, und das ist ja der Sinn unseres Unternehmens, dass ein Mensch sich psychisch, physisch und sozial wohlfühlt. Das ist mein Auftrag. Menschen stärken. Und die entscheidende Frage, um die es geht, ist, bei uns im Unternehmen, ist der Mensch Mittel zum Zweck Wirtschaft oder ist die Wirtschaft Mittel zum Zweck Mensch? Ja, ist der Mensch für den Sabbat da oder der Sabbat für den Menschen? Das ist die entscheidende Frage. Die Frage, die schon Jesus gestellt hat. Und wir haben für uns entschieden, die Wirtschaft ist für den Menschen da und nicht umgekehrt. Und da bedarf es dann Werte und Haltungen wie Vertrauen, Hoffnung, Geduld, das Annehmen. Die sind viel entscheidender. Verzichten zum Beispiel. Ja, sehr, sehr, sehr entscheidend. Jetzt kommen alle Gäste, wollen hierher kommen. Und wir haben letztes Jahr den Fehler gemacht, dass wir alle Gäste reingelassen haben und die Menschen überlastet waren. Das tat denen nicht gut. Und heute, und das ist sehr, sehr, sehr schwer, ich glaube, für jeden Menschen zu verzichten, zu sagen, nein, nein zu sagen. Da kommen Gäste, die wollen hier rein. Wir lasten gar nicht alles aus. Wir machen eine Grenze, damit die Menschen trotzdem nicht überlastet werden. Also das ist auch etwas, was nicht so üblich ist. Da wird ja immer das Maximale rausgeholt. Und das ist für uns nicht so interessant. Mich würde noch interessieren, so ein, zwei Beispiele aus deinem persönlichen Alltag, wie sich das auswirkt. Glaube und diese Einstellung und diese Haltung in der Familie als Ehemann, als Vater. Ja, also der Glaube daran, dass das Leben mir etwas beschert, was mir weiterhilft, auch wenn es mir nicht schmeckt. Also ich habe da so ein Beispiel. Ich war unterwegs in der Bahn zu einem Klosterseminar. hatte dort zu tun und ich musste in Hannover umsteigen. Und dann hieß es plötzlich auf dem Weg nach Hannover, die E-Mail, der Ersatz, der Anschlusszug entfällt. So, und das ist so eine Situation, da fällt mir normalerweise aus dem Himmel und denkt, oh Mist, das können die doch nicht machen. Aber dann sich zurückzunehmen und für sich diesen Grundsatz zu formulieren, alles, was mir im Leben, ich nutze alles, was mir im Leben geschieht, da für mich als Mensch zu entwickeln. Und dann ist die Frage, was bedeutet das in dieser konkreten Situation? Du sitzt im Zug, du musst den Anschlusszug bekommen, weil sonst 20 Kursteilnehmer warten. Aber auch dort, ich kann ja nicht darüber verfügen und nur, weil ich mich aufrege, stellen die keinen Ersatzzug dorthin. Also habe ich gesagt, okay, ich danke der Bahn für die Möglichkeit, mich in Geduld und Gelassenheit zu üben. Und das hat für mich auch viel mit Glauben zu tun, denn die Voraussetzung für diese Einstellung finde ich im Glauben. Aber du lässt zuerst einmal den Ärger auch zu. Es ist nicht so, dass du gar keinen Ärger mehr fühlst. Doch, ich fühle den Ärger, den können wir gar nicht steuern, das ist normal. Wir sind nicht verantwortlich für die Gefühle und die Gedanken, die entstehen. Wohl aber dafür, wie wir mit ihnen umgehen. Das ist für mich Glaube im Alltag, wenn das gelingt. Und das kann jeder von uns üben. Vielleicht haben Sie Fragen oder Anredungen, dann können Sie auch schreiben. ERF Medien, Fenster zum Sonntag, 83.30 Uhr in Pfeffiken. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Wiedersehen. Diese Sendung wurde unterstützt von Hugentobler Schweizer Kochsysteme, der Partner für innovative Küchenkonzepte und wirtschaftliches Küchenmanagement. Untertitelung des ZDF für funk, 2017